Willkommen zu den Highlights der neuen Version von Erem Data 3D Works, der Version 2025.2. Lassen Sie uns einige der neuesten Funktionen genauer ansehen. Mit der neuesten Version wird der BIM-Workflow noch intelligenter und effizienter. Ab sofort erkennt die Software nicht nur einzelne Rohrsegmente, sondern auch komplette, zusammenhängende Rohrverläufe inklusive aller Verbindungen mit nur wenigen Klicks direkt in der Punktwolke. Bestehende oder automatisch detektierte Rohrsegmente werden dabei korrekt miteinander verbunden. Der gesamte Rohrverlauf wird anschließend auf Basis der Punktwolke optimiert für ein präzises und sauberes Modell. Mit den neuen Werkzeugen bearbeiten Sie bestehende Rohrverläufe und deren Verbindungen jetzt noch einfacher. So lassen sich Rohrmodelle gezielt idealisieren, zum Beispiel durch das Angleichen der Bijeradien von parallelen Leitungen. Mit der neuesten Version werden Sie bestehende Rohrverläufe in den neuen Werkzeugen bearbeiten Sie bestehende Rohrverläufe in den neuen Werkzeugen bearbeiten Sie bestehende Rohrverläufe in den neuen Werkzeugen. Mit der neuesten Version lassen sich Wandelemente jetzt noch realistischer modellieren. Neu ist die Möglichkeit, Wände mit schrägen oder verdrehten Begrenzungsebenen zu erzeugen, ideal für verkippte oder unregelmäßige Wandflächen, für die ein idealisiertes, vertikales Modell zu ungenau wäre. Eine integrierte Winkelanzeige unterstützt die geometrische Kontrolle und auch die Abweichung zur Punktwolke kann grafisch dargestellt werden. In der neuen Version erhalten Tür- und Fensterelemente erweiterte IFC-Eigenschaften. Tür-Elemente verfügen nun zusätzlich zur Geometrie über eine Einbauseite und die korrekte Aufgehrichtung. Fensterelemente enthalten darüber hinaus auch die Einbautiefe für eine noch präzisere Modellierung. Das Ergebnis. Ein vollständiges, standardkonformes OpenBIM-Modell, das sich nahtlos in Ihre Planungsprozesse integriert. Die neue Version von RM Data 3D Works bringt zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen. Jetzt die neuen Features ausprobieren und von den erweiterten Möglichkeiten profitieren. Einfach aktualisieren und loslegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017